Ja, moin meine lieben Serienfreunde! Erst kürzlich habe ich euch hier bei Serienflash mal wieder ein paar Serientipps zu Disney Plus oder Prime Video genannt. Aber jetzt wird's auch mal wieder Zeit über Netflix zu sprechen und deshalb gibt's jetzt in diesem Video mal wieder ein paar Serienempfehlungen, die ihr bei Netflix durchbinden könnt. Also, bleibt dran, jetzt geht's los! Ja, meine lieben Netflix-Freunde, wir beginnen heute ganz, ganz seicht, denn meine erste Empfehlung nennt sich Partner-Track. Basiert auf dem gleichnamigen Roman und handelt von einer jungen chinesisch-amerikanischen Anwältin, die in einer New Yorker Anwaltskanzlei versucht, ganz nach oben zu kommen. Und der Partnertitel ist schon zum Greifen nah, doch sie muss sich in einer weiß-männerdominierten Welt versuchen, erst einmal durchzusetzen, während sie sich zum einen, ja, gesellschaftlichen Themen wie eben der, wie ist es als People of Color in so einer Welt, ja, sich hochzuarbeiten und zum anderen aber auch mit typischen Liebesthemen auseinandersetzen muss, denn sie verliebt sich direkt in zwei Männern. Und wir dürfen dabei zusehen, wie sie mit diesem Chaos umgeht. Ja, Partner-Track würde ich beschreiben als eine Mischung aus The Bold Type und Emily in Paris. Wenn ihr beide Serien mögt, dann werdet ihr auch Partner-Track mögen. Wenn ihr jetzt aber denkt, oh nee, ich hab zwar Bock auf so eine Art von Serie, aber keinen Bock auf das Anwaltsthema, hey, diese Serie nimmt das Anwaltsgedöns eigentlich nur, um die Story voranzutreiben. Jedenfalls hab ich das Gefühl. Es ist bei Partner-Track eher so, als hätte man so einen typischen Lifetime, Hallmark oder Netflix-Rom-Com-Film als Serie umgesetzt, wo der Job eher zweitrangig ist, wo es im Grunde um die eigene Entwicklung geht und um die große Liebe. Und das bekommt ihr mit Partner-Track ab sofort bei Netflix. Auch meine zweite Serienempfehlung ist etwas seichter, dafür aber zumindest für mich mega interessant gewesen, nämlich The Playlist, die Miniserie über die Gründung von Spotify. Habt ihr letztens King of Stonks geschaut von der Bild-Ton-Fabrik? Das war ja eine fiktionalisierte Serie, die aber auf einer wahren Geschichte basierte. Bei The Playlist versucht man uns einigermaßen das wirklich zu zeigen, was damals passierte, damit Spotify überhaupt an den Start gehen konnte und mit welchen Problemen die grundsätzlich da zu kämpfen hatten. Ich mag solche Serien und Filme, wo man uns von großen, bekannten Firmen zeigt, wie sie denn in etwa entstanden sind. Interessant ist bei The Playlist, dass man uns pro Episode einen anderen Charakter in den Mittelpunkt stellt, der uns vorab in der Episode davor am Ende ja sozusagen übergeben wird. Denn jeder Charakter, der uns pro Episode gezeigt wird, zeigt so ein bisschen seine Sicht der damaligen Geschehnisse. Lass es den Anwalt sein oder eben den Programmierer oder eben den Investor. Es sind unterschiedliche Charaktere, die uns letztendlich zeigen oder erzählen wollen, wie es wirklich passiert ist. Was Spotify alles für Probleme zu bekämpfen hatte. Und auch wenn man dadurch eben nicht eine feste Person hat, der mal folgt, ist es trotzdem mega interessant erzählt. The Playlist erst kürzlich bei Netflix gestartet. Das Spiel hat sich geändert. Sind Sie der Meinung, dass die Größe Ihres Geschäftsmodells für Künstler ein Problem darstellt? Kommen wir zu meiner dritten Serienempfehlung, die ist nämlich ein bisschen rasanter, nämlich Keep Breathing. Eine Miniserie, die zwar in den Netflix-Charts gelandet ist, aber irgendwie gefühlt kaum besprochen wurde. Keep Breathing handelt von einer Frau, die mit einem Passagierflugzeug eigentlich, ja, zu ihrer Mutter fliegen wollte. Doch der Flug gestrichen wird und sie daraufhin mit zwei dubiosen Männern in ihr Privatflugzeug einsteigt. Das stürzt ab und sie findet sich dann allein in der Wildnis wieder und muss überleben. Deshalb auch ein Survival-Drama. Jetzt ist die Serie ziemlich überspitzt und sehr fiktional. Aber diese Serie hat trotzdem etwas, was mich dran hielt. Denn die Serie ist zwar irgendwie der Überlebenskampf in der Wildnis, aber gleichzeitig vor allem die Verarbeitung eigener Traumata. Denn die Frau, die wir hier im Mittelpunkt erleben, die hat so einige Dinge, vor allem mit ihrer Mutter zu verarbeiten, die sie eigentlich klären wollte und nun allein in der Wildnis mit sich klären muss. Und dabei eben gleichzeitig versucht, irgendwie zu überleben und wieder in die Zivilisation zu kommen. Ja, die Serie ist teilweise ein bisschen sehr weit weg von der Realität, vom Gefühl her, aber irgendwie mega interessant. Und wenn ihr einfach mal wieder was anderes schauen wollt, was so ein bisschen aus dem typischen Serienmuster ausbricht, dann schaut euch das einfach mal an. Keep Breathing gibt es bei Netflix. Mit Anatomie eines Skandals gibt es bei Netflix seit geraumer Zeit eine Anthology-Serie, die uns künftig pro Staffel einen neuen Fall näher bringen soll. Einen fiktiven Fall, der dennoch ja aktuelle Themen behandelt. Und in der ersten Staffel erzählt man uns die Geschichte eines britischen Ministers, ja, dem eine Vergewaltigung vorgeworfen wird. Wir erleben vor allem in der Serie, wie der Minister versucht, mit diesen Vorwürfen umzugehen. Und gleichzeitig erleben wir, wie seine Ehefrau versucht, ihrem Mann zu glauben. Doch die Frage ist natürlich, wie lange kann sie hinter ihrem Mann stehen? Ich habe schon vor Ewigkeiten, als die Serie rauskam, eine Kritik dazu gemacht und habe damals erwähnt, dass ich schade fand, dass das Opfer selbst, das vermeintliche Opfer selbst, ja kaum eine Rolle spielt. Aber im Grunde legt man hier in der Serie wirklich den Fokus auf den Beschuldigten und dessen Umfeld. Ist das wirklich passiert, was ihm vorgeworfen wurde oder nicht? Das erfahrt ihr in Anatomie eines Skandals. Irgendjemand lügt hier. Aus irgendeinem Grund. Habe ich den gerade vor mir? Mein nächster Serientipp ist ein bisschen angsteinflößender. Nämlich The Watcher. Eine neue Miniserie von Genie Ryan Murphy, der sich ja überall mittlerweile rumtummelt und vor allem bei Netflix ein sehr wohlwollendes Zuhause gefunden hat. Mit The Watcher erzählte uns die Geschichte eines Ehepaares, welches mit ihren Kindern in ein neues Haus zieht, was sie sich eigentlich gar nicht leisten können, aber dann doch irgendwie finanziert bekommen. Sie ziehen dort ein und kaum sind sie dort eingezogen, bekommen sie Drohbriefe von einem gewissen Watcher, der anscheinend es auf junges Blut abgesehen hat. Die Familie fühlt sich also bedroht und versucht irgendwie dagegen anzugehen, während sie immer mehr hinterfragt, wer ihre Nachbarn eigentlich sind und wer von den Nachbarn eventuell der Watcher sein könnte. The Watcher basiert auf einer wahren Begebenheit. Allerdings hat man, wie so oft, hier so einiges verändert. Denn die wahre Familie aus The Watcher, die ist nie in das Haus eingezogen. Die haben bereits bei den Renovierungsarbeiten Drohbriefe erhalten und deshalb sind sie erst gar nicht in das Haus mit ihren Kindern eingezogen, während sie in der Serie selbst einziehen. Und auch wenn das damit keine richtige True-Crime-Story mehr ist, muss ich sagen, hat die Serie mich irgendwie in den Bann gezogen und mich teilweise auch ängstlich auf der Couch sitzen lassen, beziehungsweise so ein bisschen bedroht. Denn man schafft es in der Serie wirklich sehr gut, dass man als Zuschauer sich irgendwie wie die dritte Person fühlt, die irgendwie in der Geschichte drin ist und die ganze Zeit mitfiebert und versucht herauszufinden, wer ist der Watcher und wie macht er das und was geht da wirklich vor, was ist echt, was ist nicht echt. Und wer von den Nachbarn könnte es sein, vor allem weil die Nachbarn auch sehr überzeichnet in der Serie dargestellt werden und dadurch mega bedrohlich wirken und man wirklich in jedem der Nachbarn denkt, die sind's, der ist es. In Wirklichkeit wurde der Watcher übrigens nie gefunden, aber in der Serie müsst ihr selbst herausfinden, ob man's herausfindet. Aber ja, The Watcher, die Miniserie, könnt ihr seit kurzem bei Netflix streamen und jeder, der so ein bisschen auf Thrill, auf Spannung, aber auch ein bisschen Schocker steht, sollte sich diese Serie anschauen. Ist nicht mega gruselig, aber es gibt schon ein, zwei Momente, wo ich gedacht habe, so, oh ja, 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 ist schon, ist schon, das möchte ich nicht machen. Ryan Murphy hat vor The Watcher allerdings noch eine andere Miniserie basierend auf einer wahren Geschichte bei Netflix untergebracht, nämlich die mittlerweile viel besprochene und kritisierte Serie Dahmer. Das ist eine Miniserie über den Serienkiller Jeffrey Dahmer, der leider viel zu spät erst überführt wurde, fast schon zufällig, obwohl seine eigene Nachbarin immer wieder die Polizei darauf aufmerksam machte, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Die Serie ist teilweise fiktionalisiert, teilweise übertriebener, teilweise aber auch wirklich extrem explizit. Sprich, man sieht, wie er seine Opfer umbringt, wie er sie verführt, wie er versucht, diese in seine Wohnung zu locken. Die Serie läuft hier natürlich wieder auf einem schmalen Grat. Man stellt uns einen Serienkiller in den Mittelpunkt, der an einigen Stellen gar nicht unsympathisch wird, der an einigen Stellen leider auch ein bisschen vielleicht sogar romantisiert wird. Und das, obwohl Ryan Murphy die Ansage gab, hey, er steht nicht im Mittelpunkt. Wir wollen die Geschichten der Opfer erzählen. Und dennoch schwingt immer wieder in der Serie ein bitterer Beigeschmack mit, weil man natürlich auch seine Kindheit zeigt und wie es überhaupt zu diesem Erwachsenen Jeffrey Dahmer kam, der so viele Menschen umbrachte. Ja, True Crime fasziniert viele. Es kann stark kritisiert werden, meines Erachtens, weil man hier eben auch Fälle, man muss wirklich sagen, romantisiert, die vielleicht zu Nachahmern führt, aber gleichzeitig natürlich vielleicht auch ein bisschen darauf aufmerksam machen, was manchmal hinter verschlossenen Türen passiert und wir vielleicht manchmal ein bisschen mehr darauf achten sollten, was da passiert, beziehungsweise auch bestimmte Hinweise weitergeben sollten. Vielleicht einfach ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Dahmer wurde nun häufig kritisiert. Einmal dafür, dass wohl am Set selbst ein bisschen Rassismus getätigt wurde und zum anderen aber auch, weil die Opfer sich teilweise ja vor den Kopf gestoßen fühlten, denn sie wurden nicht gefragt und dennoch wurden die echten Namen teilweise benutzt und ja, dort wurden dann Dinge gezeigt, die angeblich so nicht abgelaufen sind. Dahmer ist also eine Serie, die sehr kritisch ist und dennoch in den Bann ziehen kann, wie es eben oft bei so wahren Geschichten ist über einen Serienkiller, was man so und so sehen kann und in diesem Fall aber wirklich noch einmal auf ein neues Level getrieben wird, weil Evan Peters hier unglaublich abräumt als Schauspieler, aber das irgendwie auch so ein ganz ungutes Gefühl hinterlässt, was natürlich auch irgendwie gut ist, denn man sollte nicht positiv aus dieser Serie rausgehen. Allerdings muss ich bei all dem Hype der Serie dennoch sagen, die Serie ist sehr, sehr ruhig erzählt, jede Episode ist sehr, sehr langatmig, wodurch einige vielleicht sofort auch direkt sagen, das ist überhaupt nichts für mich, die ist overhyped. Ich finde den Hype auch nicht wirklich gerechtfertigt, aber ich muss trotzdem sagen, es ist eine krasse Serie und wenn ihr eher nicht so mit Blut und Brutalität könnt und mit so richtig ekligen Momenten, wo eben man schon sieht, er verführt diese Person jetzt, um sie nachher umzubringen, guckt das bitte nicht. Wenn ihr aber sowas abkönnt und gerne True Crime guckt, wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit das noch True Crime ist, aber dann schaut es euch an, aber Vorsicht, vielleicht am besten zu zweit angucken. Wenn ihr explizit es nicht so mögt, dann mögt ihr vielleicht träumerische Fantasiewelten. Ja, klar, ich möchte euch an dieser Stelle The Sandman empfehlen und das, obwohl ich weiß, dass viele von euch die Serie wahrscheinlich schon gestreamt haben, aber da ich schon länger kein Netflix-Empfehlungsvideo mehr gemacht habe, muss ich diese Serie hier unbedingt nochmal erwähnen. The Sandman basiert auf einem Comic von Neil Gaiman und erzählt uns letztendlich vom Herrscher der Traumwelt, der allerdings über Jahre gefangen wird und dann sich befreien kann und daraufhin versucht irgendwie, sein Traumreich wieder zu reparieren und erst einmal auf so eine Art Walk of Shame gehen muss, um er sich so ein bisschen bei seinen alten Gefährten wieder zu melden und vielleicht zu entschuldigen, zu schauen, wo stehen die in dieser neuen Gegenwart. The Sandman ist ein sehr episodenhaftes Stück, wo man uns pro Episode so ein bisschen neue Storys erzählt, die trotzdem irgendwie zusammenhängen und zu guter Letzt gab es dann sogar nach dem Finale noch eine Sonderepisode, wo zwei Kurzgeschichten aus den Sandman-Comics drinsteckten. Die Serie selbst ist etwas komplizierter, etwas sehr, sehr speziell, aber dennoch passend für das, was man hier erzählt, nämlich die Geschichte The Sandman. Ich mag die Serie und finde immer noch schade, dass immer noch keine zweite Staffel bestellt wurde, das angeblich, weil, ja, die Produktionskosten zu hoch wären und Neil Gaiman fordert, wenn, dann bitte direkt Staffel 2 und 3 zu erhalten, was Netflix anscheinend noch nicht so wirklich einsieht. Ja, man kann The Sandman Staffel 1 aber auch gut ohne eine folgende Staffel anschauen. Und damit kommen wir zu einem etwas älteren Serientipp, den ich euch schon vor Ewigkeiten einmal nannte, nämlich Barbaren. Die deutsche Produktion, die uns von der Varusschlacht im Teutoburger Wald im 9. Jahr nach Christus erzählt, wo die Barbaren gegen die Römer kämpften und im Mittelpunkt der Serie drei Kindheitsfreunde wieder aufeinandertreffen und neue Allianzen schüren. Die Serie wurde damals ein bisschen kritisiert. Zum einen, weil es nur sechs Episoden gab, zum anderen, weil die Dialoge recht deutsch und sehr modern waren und grundsätzlich, weil die Serie eben eine deutsche Serie ist. Ja, Barbaren ist kein Vikings. Barbaren ist aber für eine deutsche Produktion meines Erachtens dennoch wirklich unterhaltsam und sobald man da reingekommen ist, macht sie auch Spaß, auch wenn man sich meines Erachtens zu wenig Zeit nahm. Und nun gibt es auch Staffel 2 zu sehen, jedenfalls ab morgen für euch. Ab dem 21. Oktober gibt es Barbaren Staffel 2, die ich mir bereits anschauen durfte mit ihren leider wieder mal nur sechs Episoden. Und ich würde sagen, jeder, jede, die der Staffel 1 mochten, wird auch Staffel 2 mögen. Denn das Tempo ist ungefähr das Gleiche. Und ja, auch die Geschichten werden hier gut fortgeführt, so dass man schnell wieder reinfindet und dennoch Spaß daran hat, auch Neues zu entdecken. Barbaren 2 macht im Endeffekt sogar einiges besser. Vor allem bestimmte Dialoge fühlen sich ein bisschen echter, ein bisschen glaubwürdiger an. Und bestimmte Story-Elemente sind auch ein bisschen größer inszeniert, würde ich behaupten. Wenn ihr Barbaren 1 mochtet, dann schaut euch unbedingt Barbaren 2 an. Ich weiß, das ist definitiv nicht für jeden etwas. Einige werden jetzt vielleicht sogar rufen, boah, wie kannst du sowas empfehlen? Ich versuche hier wirklich wie immer eine Bandbreite des Mainstreams zu repräsentieren. Und dazu gehört definitiv auch Barbaren. Ich hatte meinen Spaß mit Staffel 1 und Staffel 2. Wenn ihr Bock auf Thriller, Action und Crime habt und das in einer sehr angespannten Inszenierung, dann schaut euch doch mal Santo an. Eine neue spanische Netflix-Serie, die kürzlich mit der ersten Staffel beim Streaming-Anbieter gestartet ist. Sechs Episoden gibt es. Die die Story zwar nicht vollends auserzählen, aber dennoch ausreichen, um die Serie zu empfehlen. Denn Santo erzählt uns von einem Undercover-Polizisten, der in einen Drogendealer-Ring geschleust wird, um den Oberboss Santo zu überführen, von dem bisher noch nie jemand ein Gesicht gesehen hat. Das Problem ist, der Undercover-Cop wacht eines Tages im Krankenhaus auf und erinnert sich an vieles nicht mehr und versucht, diese Erinnerung zurückzugewinnen, während er gemeinsam mit einem anderen Polizisten versucht, ja, Santo doch noch zu überführen. Die Serie ist teilweise mit Logiklöchern vollzogen, aber dennoch irgendwie spannend inszeniert, so dass man dranbleiben möchte. Vor allem, weil die Serie immer wieder auch Zeitsprünge liefert und die Geschichte nicht geradlinig erzählt. Santo auf jeden Fall eine Serie, die man sich gut mal anschauen kann. Man sollte aber nicht das Handy in der Hand haben. Und damit kommen wir noch zu einer Serie, die mich persönlich unerwarteterweise komplett aus den Socken gerissen hat. So sagt man das doch, oder? Ihr könnt über die bisherigen Serientipps sagen, was ihr wollt. Aber über folgenden Serientipp dürft ihr nichts Negatives sagen. Denn folgender Serientipp ist wirklich gut. Und kennt ihr das Spiel Cyberpunk 2077, was uns in eine Zukunft mitnimmt nach Night City, wo Menschen sich Technologien einsetzen lassen und dadurch eigentlich im Grunde schon selbst fast Roboter sind? Große Mächte letztendlich in ihren Unternehmen, die Stadt regieren und ja, die Armut immer, immer größer wird und die Menschen sich bedroht fühlen? Dieses Spiel war kein Erfolg. Zumindest zu Beginn nicht, weil es zu viele Bugs gab. Und dennoch hat man sich dazu entschieden, lass uns daraus doch mal eine Serie machen. Und das hat man getan mit Cyberpunk Edge Runners, einer neuen Netflix Original Serie, die uns mit in die Welt von Night City nimmt. Allerdings eine eigenständige Story erzählt. Und zwar die von einem jungen Mann, der mit seiner alleinerziehenden Mutter zusammenlebt, die aber stirbt und er daraufhin, ja, der Armut ausgesetzt ist. Er setzt sich ein illegal erstandenes militärisches Konstrukt ein, wodurch er wesentlich stärker wird und daraufhin als Edge Runner arbeitet. Man könnte sagen, als Söldner. Die Story von Cyberpunk Edge Runners nimmt uns mit in die Welt von Night City. Und warum ich diese Serie so abholte, ist, weil ich mich direkt von der ersten Sekunde an so gefühlt habe, wie im Spiel Cyberpunk 2077. Ich habe bestimmte Ecken wiedererkannt, aber auch das gleiche Feeling gehabt. Und dann auch noch eine Story erhalten, die nicht nur gut, sondern auch konsequent erzählt wird. Eine Story, die uns hier nicht einen Helden in den Mittelpunkt stellt und jetzt nicht alles so typisch heldenhaft enden lässt. Nein, diese Serie geht eigene Wege und ist zudem auch noch wirklich, wirklich gut animiert. Für mich ist Cyberpunk Edge Runners nicht nur etwas für Cyberpunk 2077-Fans, sondern auch grundsätzlich für alle, die die gute Stories mögen, die allerdings natürlich animehaft überzogen sind und dennoch etwas mitgeben und etwas Eigenständiges bieten. Interessant ist, dass die Serie Cyberpunk Edge Runners dazu geführt hat, dass wieder mehr Leute Cyberpunk 2077 spielen und das meines Erachtens zu Recht. Ich habe das Spiel durchgezockt und das, obwohl ich die Ego-Perspektive überhaupt nicht mag, aber ich kann es jedem nur empfehlen. Und die Serie, die ist der Oberhammer. Wirklich nach Arkane für mich der nächste Hit in so einem Bereich. Also, wenn ihr es noch nicht geschaut habt, Cyberpunk Edge Runners gerne mal anschauen. Und jetzt schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare, was haltet ihr von all den Serien und vor allem von Cyberpunk Edge Runners? Würde mich wirklich interessieren. Bis dahin, cheerio.